Peace and I'm Basko, I'm Kevin, I'm Marvin Und heute Dönerwettessen mit Getränk Yes, jeder hat einen saftigen, oh der ist sogar noch warm, der ist sogar noch warm Oh der ist noch warm, nice Einen saftigen Döner am Start, ganz klassische Dönerwettesschallenge haben wir ewig nicht mehr gemacht Ja man, vor 5 Jahren oder so, ne? Ja man, mit Getränk 0,5 Pepsi Zero Jeder am Start dabei noch Das muss beides verputzt werden Ja, beides Dann hat derjenige gewonnen, der das schneller macht Genau, und Leute, ihr wisst ganz genau, die OGs wissen, was hassen wir Zwei Dinger am meisten, Kuhnfisch und Oliven Und diesmal Oliven Für den Verlierer, ich würde mal sagen, es sind schön eine Handvoll Auf jeden Fall ein paar Oliven am Mund Essen, genau, und runterschlucken, ganz wichtig Ja man, und richtig runterschlucken, richtig ekelhaft wird das für einen Das ist heute das Wettessen, Leute, ganz, ganz klassisch und simpel Wir gucken uns mal den Döner an, der dampft schon, Bruder Ey, lange kein Döner mehr jetzt Ich auch, lange nicht Extrem lange nicht Sieht aber genüsslich aus, ne? Oh, sieht sehr, sehr lecker aus, Alter Gucken, gucken, gucken Oh, Leute, der sieht wild aus Schön Gemüse drauf Wir haben am Start Schön Fleisch Ja, da ist auch gleich Alles am Start, ne? Gemüse Ja, sieht gut aus Leute, schön ein Döner Boah Auch überschaubar, überschaubar Sehr überschaubar Okay Jeder das machen, wie er will Darf man zwischendurch trinken? Ja Oder am Ende trinken? Boah, am Ende ist es hart Na, ist hart Ähm, Getränk muss alle sein, ne? Ja, alles Beides muss weggeputzt werden Götter zu Genau, Leute, wir tun die Tüten weg, damit man auch sieht Aber die Regeln, dürfen wir trinken währenddessen oder nicht? Ja, würde ich sagen, wegen dem Brot, man weiß nie Das darf man nicht unterschätzen, Leute Wir kennen das von Meckes Gucken wir auf, auf jeden Fall Legen wir es ab Okay, erst wenn beides verpuszt ist, hat derjenige gewonnen Yes Oh mein Gott Okay So, Pepsi hier Leider können wir jetzt nicht genießen, weil wir schnell essen müssen Ja, man, obwohl so lange her ist unser Döner Aber das ist schon dick, Alter Ich glaube, so ein Döner hat so eine Kalorien von der Mahlzeit locker so 1,5 Kalorien Safe, 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 so 1,2 oder so Ja, kann ich heute mal safe Okay Eigentlich ganz unkompliziert, ne? Aber lange ist es her Jetzt geht es direkt los Ich glaube Cocktailsoße ist drauf Sehr, sehr wild Willst du ihn reintunken? Geh so reintunken Spaß Ich kipp drüber Okay Leute, Daumen hoch für mehr Wettessen Challenges Ja, man, Daumen hoch, lange ist es her Und wenn ihr jetzt Hunger habt, auf jeden Fall Daumen hoch Ich würde sagen, das nächste Wettessen kommt bei 10.000 Likes Ja, man, 10.000 Likes, dann kommt das nächste Wettessen Ja, man, macht die 10.000 Likes voll, dann kommt das neue Wettessen Ja, man, dann kommt das direkt Und noch schöne Grüße an Liam BAM Danke dafür Wenn ihr auf uns gegrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch Kanal abonnieren, Glocke aktiv werden, ganz wichtig Und schreibt einen Kommentar mit hechte Glocke aktiv Und ihr habt die Chance hier im Video vor uns gegrüßt und eingeblendet zu werden Viel Glück Huh Das wird nicht mehr lange umgeschnackt, ne? Ja, man Drei Zwei Zwei Eins Go Boah, lecker Mh 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 Boah Wir haben davon nichts gegessen Ja Lachen Tja Mh 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 Hälfte fällt aus bei dir? Das ist so süß oder bitter? Extrem lecker! Boah, ich traue lieber besser, statt zu viel zu beißen. Ordentlich Fleisch drin, gefällt mir. Ich brauche Fleisch, Alter. Ich brauche noch Fleisch. So. Oh. Zu viel Sprudel. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. 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 Alter Easy, easy Du kommst nicht mal zum trinken, Bruder Das nervt mich so, ey Guck's dir an, mein Freund Das ist der Siegerschluck, Leute Besiegel mir es Scheiße Boah, war der lecker, Alter Extrem lange kein Döner mehr gegessen Boah, schön ordentlich Fleisch Ich liebe das Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein, klarer Sieger Oh mein Gott Geile Mahlzeit auf jeden Fall Auch wenn ich jetzt nicht ganz genießen konnte War der trotzdem lecker Boah Mein Freund Wir wissen, du liebst die noch mehr als ich Gefüllt mit Paprikapaste Ey Leute Gefüllte Oliven mit Paprikapaste, mein Freund Boah, Digga Schöne Handvoll, haben wir gesagt Let's go, Leute Let's go Jetzt, ey, bei Beispiel Haben wir diese Strafe eigentlich genommen Nach dem Essen, Digga Nach dem Wettessen Tja, so ist das bei Strafen, ne? Strafen sind leider nicht angenehm, ne? Sonst wäre es ja auch keine Strafe Sonst wäre es keine Strafe, das stimmt Sind wir ja nicht beim Wellness oder so? Das stimmt, das stimmt Du hast verloren Du bekommst diese Oliven auf Nacken Stabile Stabiler Döner, Bro Man Bruder Mach mal hoch da Leute Zieht euch rein Miese Oliven Handvoll Ich würde sagen Vier Stück In deinen Mund Kauen und runter schlucken, Bruder Vier Stück Kauen und runter schlucken, mein Freund Melvin Melvin Strafe, ja? Strafe Das ist echt abartig, Leute Abartig Vier wilde Oliven Was wird süftiger? Thunfisch oder Oliven? Oliven, Bruder Du? Leider Selbst Thunfisch, aber Oliven ist nochmal Andra Haus nochmal, ne? Okay Leute Eins Zwei Drei Und Leider noch Füllung reinzumachen Das ist verrückt, ey Ich schwör, Bruder Mandeln gibt es irgendwie auch Zeig mal die Füllung Zeig mal die Füllung Das ist krass Eine mit Füllung drin Leute, jetzt zieht es euch rein Das macht es überhaupt nicht genüsslicher Wenn man Also Boah Ich weiß, wie man die mögen kann, aber Die mögen sie auf jeden Fall nicht Ja, Mann Dann ist er mit einem Happen rein, ne? Ja, Mann Rein, kauen, runterschlucken, Bruder Let's go Strafe, strafe, ne? Drei Zwei Eins Go Bro, so schlimm? Ist das schlimm? Alter, kau, 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 kau Boah Oh, ey, ey, ey Kevin Kevin, slug, 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 slug Oh mein Gott, Kevin Kevin, Bro Oh, 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 oh Leute Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Leute, Leute, Leute Abonniert den Kanal Aktiviert die Glocke Um kein Video zu verpassen Übrigens, Leute Wir sind fast täglich live auf Brownies Auf unserem Gaming Kanal Wir sind richtig aktiv Checkt den unbedingt ab Leute, wir zocken hauptsächlich Fortnite und Horror Games Leute, kommt auf jeden Fall Den Stream vorbei Checkt unseren Merch-Up ab, wenn ihr wollt Abonniert beide Channel Beide Channel Glocke aktivieren, Leute Ansonsten würde ich sagen Bis zum nächsten Video Peace